Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein Überraschungsei gegessen hast und dich gefragt hast, womit du da eigentlich überrascht wirst. Oder wann das letzte Mal jemand zu dir gesagt hat, ich verrate dir nicht, was wir heute machen, lass dich einfach überraschen. Noch spannender ist die Frage, wie du auf solche Sätze reagierst. Eine Überraschung bringt immer eine gewisse Unsicherheit mit sich, weil du ja nicht weißt, was dahinter steckt. Sonst wäre es da keine Überraschung. Wenn jemand am Geburtstag zu dir sagt, lass dich überraschen, was ich dir heute schenke, dann stört mich das erstmal nicht und eigentlich geht damit auch eine gewisse Vorfreude einher. Wenn aber meine Lehrerin in der Schule gesagt hat, ich habe die Klassenarbeiten dabei und teile die jetzt aus, ist es natürlich klar, dass das eine Überraschung für mich ist, aber nicht immer ist klar, dass ich mich über diese Überraschung freuen werde, sondern vielleicht bin ich dann sogar ein bisschen angespannt oder ängstlich. Oder wenn jemand sagt, greif mal in den Eimer, fühl mal, was da drin ist und hol das raus, dann ist es auf jeden Fall bei mir mit einer Angst verbunden. Überraschungen begegnen dir auch, wenn du mit Gott unterwegs bist. Mose wurde zum Beispiel von einem brennenden Dornbusch überrascht. Er war total überrascht, dass er erwählt wurde, um Gottes Volk anzuführen. Er hätte nicht gedacht, dass er dafür der richtige Mann mit den richtigen Stärken ist. Mose hat aber genau das erlebt, was in Jesaja 55 Vers 8 steht. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Sache bei Gott ist, seine Pläne überraschen uns, aber er hat immer das Beste für uns im Sinn. Eine Überraschung sagt, dass es uns vielleicht erst mal herausfordert, diese Unsicherheit auszuhalten. Vielleicht führt es sogar zu einer Überforderung und unsere Reaktion geht eben nicht immer nur mit Freude einher, sondern eine Überraschung kann eben auch mit Angst oder Anspannung verbunden sein. Aber Gott ist gut. Seine Überraschungen haben das Große und Ganze im Sinn. Wenn Mose nicht überrascht worden wäre, hätte er Gottes Volk nicht aus Ägypten, aus der Gefangenschaft herausführen können. Und jetzt ist die Frage, was heißt es für dich? Ich glaube, es ist wichtig, offen für Gottes Überraschungen zu sein und nicht nur einfach offen darauf zu warten, sondern sogar selbst auf die Suche zu gehen, selbst aktiv nach Gottes Überraschungen zu suchen. Wenn man immer nur auf seinen bekannten Wegen ist, immer nur in seinen Routinen bleibt, dann ist da wenig Möglichkeit für Überraschungen. Die Wahrscheinlichkeit, überrascht zu werden, sinkt. Während wenn du was Neues ausprobierst, Gottes Wege dich voranbringen können und seine Überraschungen dich wachsen lassen können. Und deswegen lass dich überraschen von Gott. 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 Gott.